Südpolshow Hallo, wir sind von der Südpolshow. Dürfen wir dich duzen? Das dürft ihr gerne machen. Magst du unseren HörerInnen erstmal deinen Namen und Beruf sagen? Mein Name ist Margit Auer und ich bin die Erfinderin von der Schule der Magischen Tiere. Warum bist du Autorin geworden? Weil es mir so viel Spaß macht. Ich habe schon immer gern Geschichten geschrieben, erst für Zeitungen. Und als dann meine Kinder auf die Welt kamen und so alt waren wie ihr, als sie in die Grundschule gingen, da wollte ich Geschichten schreiben, die in ihrem Leben spielt, in der Schule, mit den Freunden. Und dann habe ich die Schule der Magischen Tiere erfunden, mit den sprechenden Tieren. Wann hast du dein Talent für Schreiben entdeckt? Mein Talent für Schreiben? Wie geht es euch denn mit euren Talenten? Also ich habe schon als Kind total gern geschrieben. Ich habe in den Ferien Aufsätze geschrieben mit meiner Cousine zusammen. Die haben wir uns dann vorgelesen. Die Frage ist, macht man das dann weiter? Also man probiert ja ganz, ganz viele Sachen aus. Musizieren, Singen, Sport, keine Ahnung. Und irgendwas gefällt einem dann aber so gut, dass man nie damit aufhören möchte. So war es bei mir mit dem Schreiben. Was macht dir am meisten Spaß beim Schreiben? Ich habe immer verschiedene Fassungen beim Schreiben, verschiedene Versionen. Ich fange erstmal an mit dem Konzept, mache mir einen Schreibplan. Anhand dieses Schreibplans schreibe ich dann Kapitel für Kapitel. Erstmal in einer vorläufigen Fassung. Das ist längst nicht alles super, was ich da in meinen Computer reintippe. Aber es wird immer, immer besser. Und am meisten Spaß macht es mir, wenn ich meine Story schon mal hingeschrieben habe und die dann so richtig funkeln lasse. Das heißt, ich lese es mir nochmal durch. Ich überlege mir, wie sprechen die Tiere? Haben die irgendwas Besonderes? Ihr kennt ja die Geschichten, die Ratte Cooper, die dann immer Cool Baby sagt. Oder Henrietta, nicht übel, gar nicht übel. Solche Sachen fallen eigentlich einem erst ein, wenn man schon mal die Grundstruktur hat. Und dieses Funkeln lassen, das macht mir am allermeisten Spaß. Wie bist du auf die Idee gekommen, die Schule der magischen Tiere zu schreiben? Da gibt es ganz viele Puzzlesteine, die dazu geführt haben. Ich beobachte Kinder. Ich schaue ihnen zu. Was macht ihnen Spaß? Worüber lachen sie? Und ich weiß natürlich, wie sehr Kinder ihre Haustiere lieben. Oder wir alle, auch wir Erwachsenen, lieben unsere Haustiere. Und dann gucke ich so zu, wie ein Kind mit seinem Hund spazieren geht. Und die unterhalten sich. Also das Kind erzählt vielleicht dem Hund, was es heute erlebt hat. Was passiert ist, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Und dann guckt der Hund so und wuff, wuff. Und man denkt sich, wäre das cool, wenn der wirklich antworten könnte. Und dann ist der Schritt eigentlich gar nicht mehr weit. Dass ich sage, ich als Schriftstellerin, ich darf mir das ausdenken. Bei mir dürfen Tiere sprechen. Dass die Idee allerdings so gut ist und den Kindern so viel Spaß macht. Und dass es bei mir eben nicht nur einen Hund gibt, sondern auch einen Pinguin, auch einen Leopard, auch eine Vogelspinne, ein Streifenhörnchen. Das konnte ich am Anfang noch nicht ahnen. Wie finden deine Kinder deine Geschichten? Als ich meine Geschichten erfunden habe, da waren die so alt wie ihr. Aber wisst ihr, wie alt die jetzt sind? So alt, so alt und so alt. Aber die finden das natürlich immer noch total cool, dass ihre Mama Geschichten schreibt. Zum Beispiel mein ältester Sohn, der leitet immer mal ein Zeltlager. Und da sind dann wieder solche Kinder dabei. Und wenn der denen erzählt, dass seine Mama die Schule der magischen Tiere geschrieben hat oder noch weiter erfindet, dann hat er echt, dann ist er echt der Knüller. Dann hat er einen Hit gelandet. Die Schildkröte Henrietta erzählt Benni manchmal von ihren vielen Abenteuern. Sind die Geschichten eigentlich wahr? Alle meine Geschichten sind erfunden. Natürlich ist viel von der Welt drin, wie ich sie erlebe oder wie ich sie sehe. Zum Beispiel lasse ich meine Kinder sehr selbstständig durch die Stadt radeln, spazieren, gehen. Also da sind ganz oft die Eltern gar nicht mit dabei. Und das ist natürlich schon so auch meine Sicht auf die Dinge, dass ich finde, Kinder sollen eigentlich möglichst viel alleine machen. Sie sollten erst mal gucken, was sie selber schaffen. Ist natürlich immer gut, wenn man dann Eltern im Hintergrund hat, wenn man mal nicht weiterkommt, dass man die fragt oder den großen Bruder oder die große Schwester. Aber ich finde es total gut, dass man Kinder was ausprobieren lässt. Und darum spielt da auch viel von meinen Überzeugungen in diese Geschichten rein. Wie kommst du auf immer neue magische Tiere? Oh, magische Tiere erfinden und raussuchen ist einfach und schwierig zugleich. Einfach, weil ich so ein dickes Tierlexikon zu Hause habe und weil es so viele interessante Tiere gibt, wo ich sage, oh, ein Eisbär, oh, eine Vogelspinne, die sollten doch unbedingt mal rein in die Bücher. Ich frage auch Kinder immer auf den Lesungen, welches magische Tier hättest du denn gern? Und es kann gut passieren, dass eines dieser Tiere dann tatsächlich auch in meinen Geschichten landet. Schwierig ist es deswegen, weil ich mich für eins entscheiden muss. Und dieses magische Tier muss dann zum Charakter des Kindes passen. Es ist kein Zufall, dass die Ida, die ja rote Haare hat und so ein bisschen schlau ist, dass die den schlauen Fuchs zur Seite kriegt. Oder Benni, der ist ja eher so trödelig und langsam. Der kriegt die Schildkröte Henrietta. Das muss also immer gut zusammenpassen. Da denke ich lange drüber nach. Wie hast du dich gefühlt, als du gehört hast, dass die magischen Tiere verfilmt wurden? Puh, das war wirklich aufregend. Ich war bei einem Verlagsfest, da war eine große Party in Hamburg. Und da nimmt mich eine Frau zur Seite und sagt, Frau Auer, stellen Sie sich vor, ich habe eine Anfrage, Ihre Bücher werden verfilmt. Daumen drücken. Das war schon ganz früh, das war im Jahr 2013. Jetzt haben wir das Jahr 2021. Und jetzt kommen die Bücher endlich ins Kino. Es ist nämlich ein sehr, sehr langer Weg, aus dem Buch einen Film zu machen. Und ich war total gespannt. Ich war auch aufgeregt, weil ich finde, es gibt schon ein paar Kinderfilme, wo das nicht so gut geworden ist, die Verfilmung. Aber ich kann euch versprechen, ich habe den Film von der Schule der magischen Tiere schon im Kino gesehen. Und er ist total gut geworden. Hast du den Film schon gesehen? Genau, ich habe ihn schon gesehen. Das war wirklich für mich ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment. Die beiden Produzentinnen, also die Leute von der Filmfirma, haben extra für mich einen Kinosaal gemietet. Das waren dann 200 Plätze. Und nur ich ganz alleine durfte den Film gucken. Und da ist mir schon das Herz stehen geblieben, als dann wirklich meine Welt auf der Leinwand zum Leben erweckt worden ist. Das war sehr ergreifend. Ich hätte fast geheult. So schön war das. Hast du am Drehbuch mitgeschrieben? Nein, das Drehbuch haben andere Leute geschrieben. Aber ich habe es durchgelesen. Und immer, wenn mir was nicht gepasst hat, dann habe ich darum gebeten, dass sie doch nochmal drüber nachdenken sollen und das vielleicht ein bisschen anders machen. Und das haben sie in den allermeisten Fällen auch so gemacht. Und ich finde, das war auch sehr klug. Denn wenn der Autorin der Dialog oder die Szene nicht gefällt, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass es den Kindern auch nicht gefallen wird. Weil ich finde, man soll schon genau diese Welt wiederfinden, die man aus den Büchern kennt. Denkst du, dass alle Teile der Bücher verfilmt werden? Oh, das denke ich nicht. Also jetzt haben wir mal Teil 1. Das ist ja schon mal Hammer. Und stellt euch vor, obwohl Teil 1 noch gar nicht im Kino ist, ist Teil 2 auch schon gedreht worden. Aber in den Buchläden werden wir bald Band Nummer 12 finden. Also ob jetzt wirklich 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und wie sie alle weitergehen, ob die alle verfilmt werden, das hat ja nicht mal Harry Potter geschafft. Wolltest du schon immer, dass deine Bücher verfilmt werden? Sowas kann man sich gar nicht wünschen. Also das wäre ja, wie wenn du dir wünschst, ich will auf den Mond fliegen. Das ist ja so, so, so weit weg. Das kann man sich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Was ich will, ich will eine wunderschöne Geschichte schreiben, die den Kindern gefällt, die sie gerne lesen, wo sie sagen, oh, war das schön. Und wenn ich das erreicht habe, dann reicht mir das vollkommen. Wenn es dann ganz viele Kinder lesen und sogar auch die Kinder in anderen Ländern, in Russland, in Korea, in Polen, in Spanien, in Griechenland, in über 20 Ländern werden die Bücher schon gelesen. Dann ist das natürlich das Sahnehäubchen. Aber eigentlich will ich nur eine schöne Geschichte schreiben. Sind noch weitere Bände in Folge? Ja, ihr habt Glück und ich habe Glück, denn ich bin noch lang nicht so weit, um mich von meinen Personen, von meinen Figuren, von Mr. Morrison und der Mary Kornfield zu trennen. Ich mag sie nämlich alle schrecklich gerne. Sie gehören schon richtig zu meinem Leben mit dazu. Und ihr wisst es, die Geschichten sind erst dann zu Ende, wenn jedes Kind aus Miss Kornfields Klasse ein magisches Tier hat. Und da fehlen noch ein paar. Planst du zu jedem Kind und seinem Tier ein Buch der Reihe Endlich Ferien zu drehen? Soweit plane ich nicht im Voraus. Ich habe jetzt Band Nummer 6 schon fertig. Das war ja das Ferienabenteuer mit Hatice und ihrer Robbe Mette Meier. Im Frühling kommt eine sehr, sehr schöne Geschichte über Max und Muriel. Das wäre dann Band Nummer 7. Und es sind ja 24 Kinder, mit der Luna sogar 25. Das heißt, ich müsste jetzt, muss ich rechnen, 18 Jahre im Voraus planen. Mache ich nicht. Durftest du bei der Auswahl der Schauspielerinnen und Schauspieler mitentscheiden? Das wollte ich gar nicht. Damit wäre ich komplett überfordert gewesen. Ich war bei einem Casting mit dabei. Also da waren die Kinder eingeladen und haben vorgesprochen, haben einige Szenen vorgelesen und auch schon ein bisschen gespielt. Und ganz ehrlich, ich fand die alle gut. Also ich hätte mich nicht entscheiden können und bei einem Kind sagen können, du bist der Beste, du kriegst die Rolle. Zum Glück hat es jemand anders gemacht. Welcher Teil des Films hat dir am besten gefallen? Oh, was erzähle ich denn da ohne zu viel verraten? Also der Anfang ist schon mal eine ganz, ganz große Überraschung. Aber das will ich nicht verraten, weil er wisst vielleicht, dass es im Buch darum geht, dass Mr. Morrison Juri den Pinguin einsammelt. Aber im Film kommt es anders. Also da werden wir schon mal im Kinosaal sitzen und die Augen aufreißen und sagen, wow. Und dann gibt es eine ganz, ganz schöne Szene, wo Benni sich mit Henrietta gestritten hat. Und beide sitzen ganz traurig in ihrer Ecke. Henrietta unterm Bett und Benni an seinem Schreibtisch. Und er weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Er hat so ein bisschen Tränen in die Augen. Und dann krabbelt er unter das Bett, nimmt so ein kleines Blatt mit und hält es da Henrietta hin, damit sie was zu knabbern hat. Und dann werden sie Freunde und sie stoßen ihre Fäuste aneinander und sagen, jetzt geht's los. Hat er deinen Anspruch entsprochen? Der Film? Ja, ja. Also das ist tatsächlich genau dieser Punkt, wo man als Autorin Angst hat. Schaffen die das, das Buch so auf die Leinwand zu bringen, dass man das Gefühl hat, es ist noch die Welt, die wir aus den Büchern kennen. Es war mir ganz, ganz wichtig, dass diese Warmherzigkeit, der Witz, der Spaß, die Abenteuerlust und diese genau richtige Prise Magie, dass man das wiederfindet im Kino. Und es funkelt schon ein bisschen, aber ich finde, sie haben das genau richtig gemacht. Und insofern bin ich sehr zufrieden. Dürftest du am Set vom Film mithelfen? Mithelfen nicht, aber ich durfte zugucken. Und das war wirklich cool. Ich bin mit einem Taxi abgeholt worden und bin zur Wintersteinschule gefahren worden, die ich ja vorher auch noch nicht kannte. Und dann ist es ein riesengroßes Schloss. Und über dem Tor steht ganz groß mit goldener Schrift Wintersteinschule. Wow, das war schon ein großer Moment für mich. Und dann zuzugucken, wie die Emilia, die Ida spielt, der Leonard, den Benni und der Loris, den Jo. Und wie cool die das machen und wie selbstbewusst. Denn da wuseln ganz viele Leute rum, um die dauernd zupft jemand an ihren Haaren oder das Mikrofon wird ihnen vor die Nase gehalten. Oder das heißt bitte diese Szene nochmal. Die haben das super cool gemacht. Also Hut ab. Super. Wie fühlt es sich an, das, was du dir ausgedacht hast, mit echten Menschen auf der Leinwand zu sehen? Das fühlt sich großartig an. Warum hast du die Serie Die Schule der magischen Tiere und nicht Die Klasse der magischen Tiere genannt? Oh, das ist schon so lange her. Man macht dann Brainstorming. Das heißt, man sitzt zusammen mit den Leuten vom Verlag und überlegt, welcher Titel passt denn gut. Und man hat eine Liste mit vielen verschiedenen Titeln. Ich glaube, wir hatten auch noch auf der Liste die magische Zoohandlung. Aber es war klar, nee, man soll eigentlich eher ausdrücken, dass es in der Schule spielt. Und wie wir dann ganz genau auf diesen Titel gekommen sind, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Hast du dir selbst als so klein was ein magisches Tier gewünscht? Ich glaube, jeder wird sich einen Freund wünschen, der immer an der Seite ist und zu einem hält und einem hilft, wenn man mal nicht weiter weiß, mit dem man lachen kann, dem man seine Probleme erzählen kann. Manchmal hat man da sein Kuscheltier, dem man so erzählt, was einen bedrückt. Man hat vielleicht die Eltern, vielleicht einen großen Bruder oder eine ganz gute Freundin. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man jemanden hat, dem man seine Sorgen anvertrauen kann. Das muss jetzt kein magisches Tier sein, kein Fuchs oder keine Schildkröte. Es kann auch ein guter Freund sein, der Nachbarsjunge. Ich finde, es ist ganz, ganz schlimm, wenn man seine Sorgen in sich hineinfrisst. Und darum wünsche ich eigentlich uns allen, dass wir jemanden haben, der für uns ein magisches Tier ist. Welches Tier hättest du gerne? Aus den Büchern hätte ich gern Eugenia die Fledermaus. Die mag ich total gerne. Sie hat ja auch diesen lustigen Sprachfehler. Aber die ist ja schon vergeben an Eddie. Ich hätte gerne einen Esel. Wenn du Schauspielerin wärst, welche Rolle würdest du in diesem Film am liebsten spielen? Naja, so viele Frauenrollen gibt es ja gar nicht. Wenn ich mir so überlege, Mr. Morrison kann ich schlecht machen, dann bleibt für mich die Miss Cornfield. Aber ich glaube, das lasse ich einfach die Nadja Uhl machen. Also ich glaube, die kann das irgendwie besser. Ich bin keine Schauspielerin. Ich bin Schriftstellerin. Hast du eine Nebenrolle in dem Film bekommen? Nein, es ging tatsächlich mal darum, wir haben jetzt Teil 2 schon gedreht und das spielte in der Schulaula. Ihr kennt vielleicht das Buch, die Kinder spielen ja Theater und machen eine Schulaufführung. Und da hat jemand gesagt, hey Margit, willst du dich nicht ins Publikum setzen? Aber du, das hört sich immer so cool an, sich ins Publikum setzen. Aber dann wird diese Szene wiederholt und wiederholt und nochmal wiederholt. Ich habe dann gesagt, ach nö, danke. Hast du eine Person in der Buchreihe, die dir besonders vom Charakter ähnelt? Wenn ja, warum? Ich glaube, das müsstet ihr jemand anderen fragen, der das von außen so betrachten kann. Miss Cornfield, vielleicht bin ich ein bisschen wie Miss Cornfield, aber ich bin ja auch keine Lehrerin. Aber ich möchte schon, also ich traue Kindern viel zu. Das macht die Miss Cornfield auch. Ich fordere Kinder, ich finde mal, die können viel mehr schaffen, als man immer meint. Es gibt ja auch ganz super Kinderreporter. Ihr seid super Reporter und ihr wisst vielleicht, während der Bundestagswahl jetzt, während dem Wahlkampf, gab es ganz tolle Kinderreporter, die manchmal die besseren Fragen gestellt haben als die Erwachsenenreporter. Und da bin ich ein bisschen wie Miss Cornfield. Kennst du die Schauspieler, Schauspielerinnen und den Regisseur persönlich? Die habe ich kennengelernt. Wir haben uns natürlich ausgetauscht. Die Schauspieler, die erste Frage, die natürlich war, als ich ans Set kam, bin ich so, wie du dir das vorgestellt hast. Und da muss man ein bisschen schlucken und überlegen, weil das muss man schon erst mal zusammenbringen. Ich kenne jetzt den Mr. Morrison zum Beispiel von den Illustrationen von Anina Dulek. Ich kenne ihn aber auch schon aus dem Theater, denn es gibt auch schon Theaterstücke über Mr. Morrison und die Schule der magischen Tiere. Und jetzt gibt es auch den Milan Peschel, der Mr. Morrison spielt. Also, aber irgendwie kriegt man das zusammen und ich würde sagen, ist ganz gut gelungen. Wer ist seine Lieblingsfigur im Film? Rabbert der Fuchs. Der zweite Teil ist ja schon abgedreht. Hast du den auch schon gesehen und kannst darüber etwas berichten? Der ist abgedreht, aber er ist noch nicht fertig. Abgedreht bedeutet ja nur, dass alle Szenen gefilmt worden sind aus ganz verschiedenen Perspektiven. Mal von oben, mal von unten, mal von links, mal von rechts. Einmal sieht man die Ida ganz groß, dann sieht man sie ganz klein. Und was es dann später für ein Film wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich darf aber verraten, dass die Annalena eine große Rolle spielen wird in Film Nummer zwei und die Helene. Das sind ja schon Band Nummer elf und der Ferienband Nummer sechs. Keine Ahnung, wann die verfilmt werden. Was muss man tun, um bei dem Film mitspielen zu können? Ha, so, so viele Kinder hätten gern bei diesem Film mitgespielt. Es gab ja Zeitungsaufrufe und auch im Internet hieß es Schauspielerinnen und Schauspieler gesucht. Und es haben sich 3500 Kinder beworben. Das ist schon Hammer. Und wie sucht man jetzt aus 3500 Kindern die besten raus? Das gibt es extra Agenturen, Casting-Agenturen, die das machen. Der erste Schritt ist ganz einfach. Du musst einen Fragebogen ausfüllen. Da schreibst du rein, wie groß bin ich? Welche Augenfarbe habe ich? Was sind meine Hobbys? Kann ich irgendwas besonders gut? Reiten, schwimmen, Skateboard fahren? Für den Benni zum Beispiel wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man Skateboard fahren kann. Dann die nächste Runde. Da kriegt man dann schon Szenen nach Hause geschickt. Und da muss man schon nicht ausspielern. Mit dem Handy wird das aufgenommen, wieder an die Agentur geschickt, dann werden schon weniger. Und die, die wirklich gute Filme eingesendet haben, die werden dann eingeladen zum echten Vorspielen. Und da wird dann der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin herausgesucht. Was hast du gemacht, bevor du die Bücher geschrieben hast? Da habe ich als Journalistin gearbeitet. Ich habe Artikel für Zeitungen geschrieben. Hat mir auch total gut gefallen. Wie viel schreibst du ungefähr an einem Tag? Heute ist Interviewtag. Heute schreibe ich gar nichts. Aber normalerweise, wenn ich so richtig im Fieber bin, dann versuche ich, fünf Seiten pro Tag zu schreiben. In welcher Jahrgangsstufe ist Miss Kornfields Klassen? Hier stellt ja raffinierte Fragen. Das wollen aber viele, viele Kinder wissen. Darum ist es vielleicht auch ganz gut. Aber ich kann sie nicht beantworten. Denn das habe ich extra offen gelassen. Im Nachhinein bin ich ganz stolz auf diesen Trick. Denn der Hintergrund dafür ist, ich wollte, dass, wenn Kinder das Buch lesen, dann sollen sie das Gefühl haben, diese Geschichten könnten auch in meiner Klasse spielen. Und das soll sich die Zweitklässlerin genauso denken wie der Fünftklässler. Damit nicht der Zweitklässler sich denkt, die sind ja alle so groß, das hat ja gar nichts mit meiner Welt zu tun. Oder der Fünftklässler denkt sich dann, ach, das ist ja Babykram, die können ja noch nicht mal schwimmen. Und so halte ich das so ein bisschen in der Waage und kann mir dann immer so Geschichten rauspicken, die dann auch gut passen und wo ich auch nicht so ganz festgelegt bin. Weil tatsächlich einmal können ja Kinder noch nicht schwimmen. Die müssen erst schwimmen lernen. Die Hatice hat so Angst vor dem Wasser. Dann gibt es aber auch wieder einen Schulball, wo getanzt wird. Also dann habe ich ein bisschen mehr Variationsmöglichkeiten, wenn ich das Alter und die Klasse nicht so genau sage. Werden alle Kinder aus Miss Kornfields Klasse ein magisches Tier bekommen? Ja. Werden alle Tiere in der magischen Zuhandlung einen Besitzer bekommen? Nein. Welche anderen Bücher schreibst du, falls du andere schreibst? Ich kriege ganz viele Anfragen von anderen Verlagen, die sagen, bitte, bitte, Frau Auer, schreiben Sie auch für uns ein Buch. Und oft juckt es mich dann auch in den Fingern und denke mir, oh ja, ich würde gerne jetzt auch mal eine Weihnachtsgeschichte schreiben. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Zeit dazu. Und ich freue mich ja so, dass die Kinder auf den nächsten Band hinfiebern von der Schule der magischen Tiere. Darauf konzentriere ich mich. Das macht mir am allermeisten Spaß. Da mache ich weiter. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für eure schönen Fragen. Kenntest du noch unsere Zuhörerinnen von der Südpol Show auf 92.4 Grüßen mit deinem Namen und deinem Beruf? Hallo, ich grüße alle Hörerinnen und Hörer von der Südpol Show. Mein Name ist Margit Auer. Ich bin Schriftstellerin. Ich habe die Schule der magischen Tiere geschrieben. Tschüss. Ich bin Schriftstellerin. Ich bin Schriftstellerin. Ich bin auch. Ich kann auch noch. Ja, Mann. Ja. Ihr könnt auch die Treppe gehen. Achso, wir müssen die Treppe gehen. Das ist ja jetzt blöd. Wie soll ich denn dann... Oh mein Gott! Vorsicht! Vorsicht! Ich nehm die unten! Wir brauchen noch Assistenten. Brauchen wir? Ja, Lächeln! Wie denn unter der Maske? Man kann auch lächeln. Ja, Mann! Ja! Wenn man am Boden sitzen darf. Ja, ich erinnere mich noch an ein gewisses Zehn...